aber es ist halt so man hat damals so gelernt und jetzt rennen da so lauter gestalten im wald rum das werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und überall hockt jetzt einer in den büschen und die vertreiben das wild die beunruhigen das wild die scheißen in den wald überall die graben überall ihre löcher oder graben auch nicht ihre löcher dann